Der Ladeanbieter GetCharge von Alpic, kennt ihr vielleicht noch als der Telekom-Ladestrom, wird tatsächlich komplett eingestellt bis zum Ende des Jahres. Alle Infos jetzt hier in den News. Dann gab es ein Spitzengespräch zwischen Altmaier und Scheuer, also Wirtschafts- und Verkehrsministerium, zum Thema Ladeinfrastrukturausbau. Also, dass sich das ordentlich verbessert. Klingt doch erstmal gut. Ich werde aber ordentlich nochmal nachhaken, denn ich habe tatsächlich nächste Woche ein exklusives Interview mit Andreas Scheuer und werde da unsere Themen mal ordentlich anbringen. Auch da gleich mehr dazu. Tesla ist tatsächlich offen für eine Fusion mit anderen Autoherstellern. Sie können es sich ja eigentlich auch leisten. Der aktuelle Börsenwert liegt bei 550 Milliarden US-Dollar. Und auch einmalig in der Automobilbranche ist, dass Tesla tatsächlich den Zugang zu den wertvollen Fahrzeugdaten jetzt geöffnet hat. Der Opel Mokka E scheint wohl sehr beliebt zu sein. Oder er kommt in viel zu kleinen Stückzahlen. Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann nur sagen, dass er für 2021 jetzt schon komplett ausverkauft ist. Das alles gibt es jetzt in den News. Die werden präsentiert von Ant Charge. Ein Partner, den wir schon seit dem Start begleiten. Der feiert jetzt sein einjähriges Jubiläum. Mehr dazu gleich hier in den News. Alpik hat jetzt die Kunden in einer E-Mail über die komplette Einstellung des Get-Charge-Tarifs informiert. Und das ist tatsächlich eine wirklich große Überraschung in der gesamten Branche. Ich habe mich auch ein bisschen umgefragt bei anderen Ladeanbietern. Die haben auch gesagt, da sind wir selber sehr überrascht davon. Alpik schreibt selbst in der E-Mail, jetzt kommt ein Zitat. Wir bedauern, dir mitteilen zu müssen, dass Alpik beschlossen hat, den Betrieb von Get-Charge schon zum 31. Dezember 2020 einzustellen. Alpik hat entschieden, diese Dienstleistung in Deutschland nicht weiter anzubieten. Wir wissen, dass es auf unserer Reise auch einige Stolpersteine gab. Und wir möchten uns ebenfalls für deine Geduld und dein Verständnis bedanken. Ja, das war es dann auch. Es kommt auch keine Begründung, wieso. Außer das mit den Stolpersteinen ist ein kleiner Wink. Die Get-Charge-App mit den Zugangsdaten und den RFID-Karten, mit denen ihr sozusagen bisher noch bis zum 31. Dezember noch laden könnt, werden dann einfach deaktiviert und es werden alle Kundendaten gelöscht. Und nachdem die letzten Rechnungen beglichen wurden und danach muss man wohl auch nichts mehr tun, dann passiert der Rest von alleine. Es gab wirklich keinerlei Informationen, wieso das jetzt passiert ist. Ich kann nur sagen, tatsächlich, um nochmal auf die Stolpersteine einzugehen, Alpik, oder besser gesagt eigentlich der Telekom-Ladestrom, wie es eigentlich ursprünglich gestartet ist, hat wirklich eine sehr verrückte Geschichte hinter sich, wie das aber allgemein im Thema Ladeanbieter, Ladeinfrastruktur gerade so das Thema ist. Da ist ja viel Bewegung drin. Telekom ist mit einem eigenen Ladestrom angetreten, so hieß das dann auch. Dann haben sie in kürzester Zeit das ganze Geschäftsmodell nochmal angepasst, die Preise verändert, dann haben sie das ganze vom Telekom-Ladestrom zu Telekom-GetCharge umbenannt und dann schon wieder in kürzester Zeit entschieden, komplett an die Firma Alpik zu verkaufen. Die kennen wir in Deutschland nicht so sehr, sind aus der Schweiz und sind da auch Ladeanbieter. Alpik hat wohl gedacht, sie erweitern ihr ganzes Angebot nach Deutschland. Aber Deutschland scheint wohl nicht attraktiv genug zu sein. Da komme ich gleich zu einem wichtigen nächsten Thema. Uns hier in der Elektromobilitätsszene ist schon seit Jahren klar, dass das mit der Ladeinfrastruktur, wie es bisher von der Politik angegangen wurde, einfach nicht geht. Es ist, um es mal deutlich zu sagen, ein riesengroßes Desaster. Ja, wir finden Ladesäulen und ja, es gibt Anbieter, aber das ist alles nur halbherzig und nicht mit voller Motivation wird da reingegangen. Deswegen gibt es da einen riesengroßen Bedarf, wir haben auch auf dem Kanal schon viel darüber diskutiert, dass einfach bei dem gesamten Thema anständiger, ordentlicher, staatlich auch unterstützte Ladeinfrastrukturausbau plus auch eben das ganze Thema mit den Bezahlsystemen und auch die Preisstruktur ist ein riesen Desaster. Das muss man an der Stelle ehrlich mal so sagen. Und deswegen haben das zum Glück jetzt auch endlich mal der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und auch der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier verstanden und haben jetzt in einem Spitzengespräch mit Vertretern von Kommunen, Autoindustrie und Energiewirtschaft über den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos eben diskutiert und beraten. Beraten wurde, wie eben das Ausbautempo beschleunigt werden kann. Auch soll es um das Thema einheitliche Bezahlsysteme gehen. Und das Wirtschaftsministerium hat dann also eine Novelle der Ladesäulenverordnung angekündigt, die eben ein einheitliches Bezahlsystem beim Laden an öffentlichen Ladesäulen festlegt. Das ist jetzt alles immer so typisch, wie man das aus der Politik manchmal kennt, so ein bisschen Wischiwaschi. Man kann es nicht genau bis jetzt begreifen, bis dann eben die neue Novelle kommt. Mir persönlich ist das Thema aber unglaublich wichtig, vor allem das Thema auch nochmal Preisstruktur und diese wahnsinnige Dynamik und das Durcheinander in diesem ganzen Ladeanbieter-Preis- und Tarifdschungel. Und wie ich auch schon auf meinem Kanal hier ausführlich erklärt habe, liegt das nicht an den Ladeanbietern, sondern an dem ganzen System dahinter mit Entgelten und EEG-Umlagen und was weiß ich nicht genau was alles. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch hier nochmal anschauen. Und deswegen bin ich schon seit Monaten daran, endlich mal mit der Politik zu sprechen, einen Termin zu finden, um dieses Thema mal ganz hoch auf die Agenda zu bringen. Und tatsächlich habe ich es jetzt geschafft, am Mittwoch, den 9. Dezember, gibt es ein ausführliches, exklusives Interview hier von mir mit Andreas Scheuer, dem Verkehrsminister. Und da werde ich mal diese Themen, die uns so sehr, ja auch bedrücken, muss man ganz ehrlich sagen, nochmal ganz ordentlich oben auf die Agenda bringen. Ich hoffe, ihr seid offen dafür und ich will mal ein bisschen der Politik, naja, Feuer unterm Hintern machen. Bei Tesla läuft es richtig gut und deswegen freut sich auch Tesla-Chef Elon Musk über Gedanken, dass man vielleicht ja auch Fusion mit anderen Herstellern machen könnte. Zumindest schließt er das überhaupt nicht aus. Bei der Verleihung des Axel Springer Awards, da war er hier in Berlin, wir sind ja auch aus Berlin, und hat auf die Frage vom Springer-Chef Matthias Döpfner geantwortet, ob eben Tesla einen anderen Autohersteller auch kaufen würde. Da sagt Elon Musk ganz klar, also eine feindliche Übernahme, die strebt er gar nicht an. Aber er sei total offen für Fusionsgespräche. Das klingt ja wirklich sehr, sehr spannend, wurde ja auch schon viel drüber spekuliert. Und das jetzt natürlich von Elon Musk persönlich zu hören, ist schon interessant. Und jetzt sagen sich vielleicht einige so, sag mal, hat der nicht mehr alle Tassen im Schrank? Der kann doch nicht einen Automobilhersteller übernehmen. Doch, das könnte er. Denn Tesla hat tatsächlich richtig gut die Kasse voll. Zumindest der Börsenwert liegt bei 550 Milliarden Dollar. Und da können die anderen Autohersteller nicht mithalten. Bisher hat ja Tesla schon mal Partnerschaften mit Daimler und Toyota gehabt. Da ist dann aber auch, die sind dann wieder ausgestiegen. Und Elon Musk hat gesagt, wenn Tesla durch eine Fusion dann also die Kontrolle über eine große Zahl von Arbeitskräften und Produktionskapazitäten bekäme, dann müsste ja erstmal alles auf die Produktion von Elektroautos umgestellt werden. Und das wäre ja vielleicht sogar weniger sinnvoll, als vielleicht besser einfach ganz neue Fabriken aufzubauen, wie es Tesla ja auch in Grünheide macht, mit der Gigafactory Berlin, so nennt das Tesla. Und deswegen klingt das auch wieder ein bisschen nach einem kleinen Rückzieher, so nach dem Motto, ja, kann man drüber reden, aber macht das wirklich Sinn, die jetzt alle erst umrüsten zu müssen? Also sprich, er sieht da auch schon gar nicht mehr so viel Interesse, mit anderen Automobilherstellern zusammenzugehen, weil die für ihn eigentlich fast schon so ein bisschen veraltet sind. Eigentlich ganz schön krass, finde ich, sowas durchzuhören. Tesla hat ja auch schon in der Vergangenheit Maschinenbauer und Automobilzulieferer übernommen. Gerade erst haben sie das Unternehmen Assembly & Test Europe aus dem rheinland-pfälzischen Neuwied gekauft. Die Firma arbeitet im Bereich Automatisierungsindustrie und fertigt unter anderem Test- und Prüfsysteme für Elektroantriebe und Fahrzeugakkus. Außerdem hat Tesla ja auch schon den Roboterhersteller Perbix aus den USA und den Maschinenbauer Groman Automation aus Prüm in Rheinland-Pfalz übernommen. Rheinland-Pfalz scheint ein sehr beliebtes Blaster zu sein, sehe ich hier gerade für Elektromobilität. Liebe Grüße an alle, die dort wohnen. Ihr scheint was richtig zu machen. Kleiner Spaß und Tesla kann es sich ja auch wirklich leisten. Das Unternehmen ist mehr wert als alle deutschen Automobilhersteller zusammen. Ja, tatsächlich. Wir rechnen mal grob. VW hat 78 Milliarden Börsenwert. Okay, das sind jetzt Euro. Dann haben wir noch einen Daimler mit 60 Milliarden und wir haben noch BMW mit 44,5 Milliarden Euro. Aber da ist Tesla trotzdem mit 550 Milliarden Dollar in einer ganz anderen Liga. Schon verrückt. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von AntCharge. Mit der App, die könnt ihr euch kostenlos für iOS und Android runterladen, könnt ihr einfach shoppen in der App bei ganz vielen Online-Shops und Partnern und bekommt dafür Kilometer kostenlos, mit denen ihr dann euer Elektroauto kostenlos aufladen könnt. Aber es gibt inzwischen noch viel mehr, denn sie sind nun ein Jahr alt. Gratulation zum Geburtstag an das gesamte Team. Es ist wirklich ein junges, frisches Team mit ganz motivierten Gründern. Wir begleiten sie auch von Anfang an hier auf dem Kanal und ich unterstütze sie gerne, weil das ist einfach eine tolle Lösung. Es sind in der Zeit wirklich viele neue Mobilitätspartner und auch Shops dazugekommen. Auch die AntCharge Community ist gewachsen und ist von der Mission überzeugt, nämlich gemeinsam die Elektromobilität voranzutreiben. Und das wollen wir auch im nächsten Jahr gemeinsam mit AntCharge tun. Deswegen sage ich einfach nur, Gratulation zum Geburtstag, macht weiter so und alle, die jetzt zuschauen, einfach mal die App runterladen. Macht richtig Spaß. Nochmal eine News zu Tesla und die ist richtig spannend, denn Tesla macht was, was in der Automobilbranche bisher so noch nie vorgekommen ist. Und zwar geben sie den Zugang zu Serviceinformationen, Anleitungen und vor allem den freien Zugang zur Fahrzeugdiagnose. Sie stellen also viele von ihren Daten jetzt zur Verfügung. Also jedem, jedem Besitzer, der das gerne aktivieren möchte. Wie, sage ich euch gleich. Und wieso sollte man das eigentlich tun? Das ist vor allem eventuell interessant, wenn man mal eine Reparatur hat und eben da Daten dazu benötigt. Da kann das sehr hilfreich sein, auch vielleicht zur Analyse des eigenen Fahrverhaltens des Fahrzeugs. Also da werden sich noch ganz viele Möglichkeiten ergeben und das ist grundsätzlich schon mal eine echt interessante Geschichte. Und für alle Tesla-Fahrer, die jetzt zusehen und sagen, das möchte ich machen, ihr bekommt den Zugriff ganz einfach über die Tesla-App. Da einfach in den Nachrichtenbereich gehen und dort könnt ihr eben eine Anfrage auf diesen Fernzugriff stellen. Grundsätzlich ist nämlich dazu nur die Fahrzeug-Identifikationsnummer, also diese WIN-Nummer, nötig und eben der Zugang des Fahrzeughalters. Man kann es auch selbst machen, wenn ihr da gar nicht warten wollt über die App, könnt ihr das selber machen. Es gibt da einen Trick über eine chinesische Seite und wie das genau geht, erfahrt ihr bei den lieben Kollegen vom T&E Magazin. Die haben da eine komplette Anleitung gemacht, da gibt es sogar noch ein Video eingebunden. Wenn ihr das gerne machen wollt, dann checkt mal den Link im Beschreibungstext und schreibt mal in den Kommentaren, wie ihr das so findet und was ihr damit so machen würdet. Opel wurde ja vom PSA-Konzern übernommen und seit das geschehen ist, baut der Konzern gemeinsam mit Opel das E-Mobilitätsportfolio ordentlich aus. Nach der Ende letzten Jahres gestarteten Elektro-Version des Corsa, also der Corsa E, kommt eben jetzt demnächst eine batteriebetriebene Ausführung des neuen Kompakt-Crossovers Mokka auf den Markt. Der heißt ja natürlich dann Mokka E. Der ist seit knapp 10 Wochen bestellbar und ist jetzt, und das ist der Hammer, bis auf Weiteres komplett ausverkauft. Ein Opel-Manager sagt selbst, die Nachfrage ging sehr schnell durch die Decke und man sei davon total überrascht. Wundert mich ein bisschen, dass sie immer noch überrascht davon sind, dass Elektromobilität so eine hohe Nachfrage hat. Die Zahlen, die Steigerungen, die sprechen ja deutlich für sich. Die Förderung ist ja riesig hoch. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, wieso das Fahrzeug so beliebt ist. Es kostet ja eigentlich, geht es los, ab 33.000 Euro. Aber wenn man da mal die 9.000 Euro Umweltprämie, also die aktuelle Förderung, davon abzieht, dann sinkt der Grundpreis auf 23.420. Dann geht es da erst los. Und damit wird einfach jedes Elektro, also nicht jedes, aber die meisten Elektroautos zur Zeit sehr, sehr attraktiv. Naja, was passiert da jetzt? Also wie gesagt, sie sind überrascht und die meisten Bestellungen habe man tatsächlich aus Deutschland erhalten. Aber auch die Nachfrage in anderen Ländern ist so groß, dass eben das Produktionskontingent für das gesamte Jahr 2021 schon komplett erschöpft ist. Ja, da wäre mal interessant, wie viele MOCA-E werden denn pro Jahr produziert? Das verrät das Unternehmen aber leider nicht. Mehr könnten im Pariser PSA-Werk Poissy, da wird eben der produziert, auch nicht hergestellt werden. Es geht einfach nicht mehr. Aber der Opel-Manager deutet auch an, dass die Kapazitäten vielleicht irgendwie anders aufgestockt werden könnten und man versuche, eine Lösung zu finden. Verrückte Welt. Erst behaupten alle, keiner will ein Elektroauto. Jetzt wollen alle ein Elektroauto. Jetzt sind sie alle ausverkauft. Also es ist ja eine schöne Sache, aber es beschreibt schon ein bisschen, dass da einige, glaube ich, auf obersten Ebenen nicht so wirklich eine Ahnung gehabt haben oder es nicht wahrhaben wollten, was da eigentlich alles jetzt in der Mobilität auf sie zukommt. Ich freue mich grundsätzlich erstmal auch, dass ihr eingeschaltet habt und freue mich auch, wenn ihr in Zukunft wieder mit dabei seid hier auf dem Kanal. Ich kann euch sagen, wie gesagt, das Interview mit Andreas Scheuer, wo ich mal ordentlich der Politik ein bisschen sagen möchte, wo sie noch nacharbeiten möchte, kommt bald hier auf dem Kanal. Außerdem noch ein Autotest zum Mercedes EQC, den habe ich ausführlich getestet und es gibt tatsächlich auch noch ein Fahrvideo vom neuen Volkswagen ID.4. Also zum Ende des Jahres geht es nochmal richtig ab hier. Ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid. Wenn ihr nichts verpassen wollt, einfach rechts unten den Kanal kostenlos abonnieren. Dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dann. Und bleibt gesund.